Okay, bist du okay damit, dass das Gespräch aufgenommen auf YouTube hochgeladen wird? Ja, na klar. Okay. Bist du Veganer? Ja, bin ich. Okay, fängt das schon wieder an, schon wieder die Vegan-Wand fängt wieder an, okay. Okay, dann ja, freut mich sehr, dass du Veganer bist. Hast du Fragen? Ja, ich habe eine Frage und zwar, wie könnte ich am besten ein Familienmitglied davon überzeugen, welches halt nicht wirklich auf rationaler Ebene argumentiert? Hm, da würde ich, also wenn rationale Argumente nicht mehr ziehen, also sprich dann auch Logik nicht zieht, also sprich die können es nicht rechtfertigen, dann würde ich auf Emotionen gehen. Danach würde ich auf Gesundheit gehen und danach auf Umwelt wahrscheinlich. Das sind so die einzigen Punkte, die mir einfallen. Also ich kann dich mal, du bist neu auf dem Server, ne? Oder? Bin schon eine Weile drin, habe mir ein bisschen leise was angeguckt, aber reden tue ich das erste Mal. Okay, ich ping dich mal ins Stage-Debutton. Wie heißt du? Dave? Genauso. Und hier, diese Doku auf Deutsch, ungeschnitten in voller Länge, habe ich gerade reingepostet, da wo ich dich gepinkt habe, ein Raum über diesem hier. Dominion, oder? Ne, Earthlings ist das. Ah, okay. Und ja, also wer das guckt und danach noch Tierprodukte isst, dann hast du wirklich, also da hast du. Ja, ist ja bei Dominion genau das selbe. Also wer da noch irgendwie was Tierisches ist, das geht ja echt gar nicht. Ja, dann keine Ahnung mit was für Wesen du es da noch zu tun hast, dann aber wirklich, also wie man danach noch Tiere essen kann, das ist für mich sowas von unbegreiflich. Wenn du auch einfach mal zuhörst, was dort gesagt wird und nicht einfach nur irgendwie nebenbei staubsaugst und das guckst oder so, sondern wirklich mal zuhörst, was die Person auch sagt. Vor allem das Schlussplädoyer zum Beispiel am Ende, was mich komplett annihiliert hat. Also ich konnte danach zwei Tage nicht reden. Ich habe die Wand angestarrt, weil ich darauf nicht klargekommen bin, was ich dort gesehen und gehört habe und mein ganzes fucking Leben überdacht habe. Ja, war bei Dominion. Ich habe es zehn Minuten ausgehalten, dann ging es nicht mehr. Es war unmöglich, weiterzugucken. Ja, das deutet sehr darauf hin, dass du ein empathischer und guter Mensch bist. Ja, freut mich, das zu hören auf jeden Fall. Weil ich glaube, wenn man es hat in der heutigen Zeit, dann ist man auf jeden Fall sehr arm dran. Ja, falls du denen das sendest und die das gucken und es danach nichts bringt, dann weiß ich wirklich, dann nur noch mit Ernährung und Wissenschaft und danach nur noch Umwelt zu helfen. Aber das kann auch helfen. Es kann sein, dass das Menschen sind, die hingehen und sagen, okay, das Einzige, was mich interessiert, ist Gesundheit. Also Gesundheit steht bei mir über Moral. So was gibt es auch. Und also die würden dann Menschen in den Backofen stecken, wenn es gesünder wäre als Tierprodukte oder Pflanzen. Und da würde man die Menschen dann einfach fragen oder auch hier eine Debatte stellen. Also mein zweites Fachgebiet ist Ernährung und Studien. Das ist, womit ich mich seit sehr langer Zeit beschäftige und YouTube-Videos drüber drehe. Da gibt es ja Wissenschaft. Und ich habe ein Studiendokument, das ich selbst erstellt habe. Da sind mittlerweile 60 Seiten Studien, Seiten. Also auf jeder Seite sind, ich weiß nicht, 50 Studien oder sowas. Studien, keine Artikel, ganz wichtig. Ich habe die alle selbst zusammengetragen seit 2015 oder so. Und ja, es gibt ja Studien, da kannst du ja sehen, was Tierprodukte im Körper machen. Und wenn du mal siehst, was Tierprodukte im Körper machen, danach noch Tierprodukte zu essen, da musst du schon wirklich, also da muss dir deine Gesundheit egal sein. Es gibt keine Krankheit auf dieser Welt, die du nicht in einer wissenschaftlichen Datenbank eingeben kannst und da nicht Studien kommen, die zeigen, dass Tierprodukte dafür verantwortlich sind. Gibt es keine einzige Krankheit, also mir nicht bekannt. Egal, was du dort eingibst, immer findest du irgendwas, entweder Fleisch oder Milch. Und ja, das ist keine Ahnung, wie man sich sowas antun kann. Also wenn du weißt, was das macht. Ich meine, 1920 haben Ärzte das Rauchen empfohlen. War ja auch auf den ganzen Covern zum Beispiel. Und da durfte man auch im Patientenzimmer auch rauchen, beim Arzt auch überall. Der Arzt hat ja selbst geraucht und es wurde auch Rauchen empfohlen. Warum hat man das? Weil es keine Studien gab. Es wusste niemand, dass es ungesund ist. Ja, well, jetzt weiß man es mit ein paar tausend Studien. Ja, und das Ding ist, was ist mit den paar zehntausend Studien gegen Tierprodukte? Also komisch, dass das niemand interessiert. Das interessiert wahrscheinlich niemanden, weil lecker, lecker steht über dem Gehirn. Ja, auf jeden Fall. Right. Und dann, auch wenn danach das alles nicht hilft, ja, dann kannst du nur noch mit Umwelt kommen. Und wenn das nicht hilft, wenn die sagen, ja, die Umwelt ist mir scheißegal, meine Kinder werden hier verrecken durch die Klimakatastrophe. Ja, well, gute Nacht. Also danach kannst du nichts mehr machen. Ja, ich glaube auch schon, dass man nach diesem Film, wenn da einen nichts gepackt hat, das dann auch anderes nicht mehr hilft. Weil psychische Gesundheit ist auch Verbindung mit der Klimakatastrophe. Weil wenn dir was nicht juckt, dann juckt dich deine Gesundheit eigentlich auch nicht. Ja, aber es könnte sein, dass du es mit Psychopathen zu tun hast. Ein Psychopath ist laut Definition jemand, der keine Empathie empfindet. Und wenn die Person keine Empathie empfindet, dann kann ja trotzdem sein, dass bei ihr Gesundheit zählt. Ja, stimmt. Ja, deswegen würde ich es damit dann versuchen. Ja, alles klar. Ich kann dir kurz mal, ich habe dich ja schon gepinkt in Debatteninfos, da, ja, Kitty hat es schon reingesendet, das Studiendokument. Da findest du, da kannst du auch einfach Krankheiten eingeben, zum Beispiel Parkinson, Cholesterin, was auch immer. So was, wenn du zum Beispiel sowas bringen willst, wie, ja, guck mal, in allen Tierprodukten ist Cholesterin. Und Cholesterin ist nur in Tierprodukten. Und jetzt guck in die Wissenschaft, was macht Cholesterin im Körper, right? Und dann stolperst du. Hä? Ich verstopf deine Wehen. Ja, also es gibt Studien, die mit Arteriosklerose das im Zusammenhang bringen. Und mit verschiedenen anderen Krankheiten, auch Krebs zum Beispiel, dass das korreliert. Und ja, die vegane Ernährung ist Cholesterin frei. Cholesterin ist nur in Tierprodukten. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Heemeisen, das gibt es auch nicht in Pflanzen, nur in Tierprodukten. Und dann gibt es Studien zu Heemeisen, du guckst dir diese Studien an und dir vergeht einfach alles. Weil du dir denkst, wait, what the fuck, das esse ich? What the fuck? Junge, das korreliert mit Krebs. Guck dir an, es gibt mechanistische Studien, die zeigen, wie der Mechanismus funktioniert, wie Heemeisen Krebs verursacht, right? Und da sollte man sich vielleicht fragen, will ich das wirklich essen? Irgendwie, ich glaube, ich will das eher ab jetzt nicht mehr essen. Jawohl, du willst das nicht mehr essen? Ja, hallo, Veganer, right? Ja, so ein perfektes Zeichen vom Schöpfer. Ja, absolut. Weil warum sollte er irgendwas erschaffen, was spätlich für uns ist, damit wir es essen und dazu noch Gefühle hat. Ja. Schmerz oder Leid oder Angst, es gibt ja gar keine Ahnung. Ja, also mir macht das Gespräch mit dir jetzt schon Spaß, da hast du so ein Fass aufgemacht. Also das ist auch so ein geiler Take. Also das mit Religion, das mag ich auch, wenn religiöse Leute ankommen, das ist einfach nur wirklich der absolute Hammer. Also da kommst du mit, ja, okay, Gott hat Tiere erschaffen, weil der Tiere erschaffen, du musst fucking Köpfe abschneiden, um zu essen. Die können leiden, die fühlen Schmerzen, die bluten, die schreien, Alter, wie Tiere schreien, wenn man die absticht. Ähm, das hat Gott so gemacht, das hat Gott gemacht. Und dann hat er dort auch noch, nicht nur, dass er ihnen aus Versehen komischerweise irgendwie Gefühle gegeben hat, damit die exorbitant leiden, auch hat er dort auch noch die ganzen schädlichen Inhaltsstoffe reingemacht, damit man krank davon wird. Gott, ne, sehr, sehr komischer Gott. Alter, ey. Genau deswegen ist es recht, mit solchen Menschen zu diskutieren. Machst du einfach dieses Fass auf mit den Gefühlen und diesen schädlichen Stoffen in dem Essen. Ja, das ist so gut, ey, das sage ich immer wieder. Ich kann nicht glauben, wie wirklich religiöse Menschen nicht vegan sind. Das ergibt so von vorne bis hinten keinen Sinn. Das ist einfach nur herrlich. Ja, safe. Sehr, sehr gut. Okay, ja, dann habe ich dir jetzt die Tipps gegeben, jetzt müsstest du da auf jeden Fall was, äh, ja, zum Vermitteln haben. Das mit dieser Datenbank, wo ich irgendeine Krankheit eingebe und in der Studie und alles rauskomme, hast du mich da angepinnt, oder? Hm, die Datenbank kann ich dir kurz mal verlinken, warte, ich link sie mir, ich habe das nicht als Comment, aber ich kann erst mal hier kurz reinschicken. Boah, ist das nervig mit diesen zwei Fenstern, das ist ja echt übel, ich glaube, ich muss meinen dritten Monitor hier. Hier, das ist zum Beispiel eine medizinische Datenbank, ne, die heißt PubMed, da gibst du rein, ein Cancer, Meat oder sowas, ne, dann wirst du dort erschlagen von Studien. Oder Parkinson-Eggs oder Diabetes, äh, Animal-Fat oder Animal-Protein, Cancer, sowas gibst du dort ein, dann findest du, oh, scheiße, guck dir mal das an, hier. Für alle drei Prozent tierisches Protein steigt dein Risiko an Krebs zu erkranken um so und so viel Prozent. Moment, scheiße, will ich nicht, ne, kein Bock. Genau, und so wird man dann vegan. Ja, sehr nice. Nabe ich auf jeden Fall ein bisschen real für die Zukunft. Mhm. Freut mich. Ja, cool, vielen Dank, dass du da warst, war auf jeden Fall ein aufheiterndes, nettes Gespräch. Und ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke dir, Eugen, für die ganze Arbeit und was du da tust. Ja, bitteschön. Finde ich sehr gut. Mach ich gerne. Gut. Dann noch einen schönen Tag dir, ja? Ja, dir auch, ciao. Jo, ciao. Cool, ja, der war mal nice. Der war mal super nice, ja. Sehr, sehr interessante Themen angesprochen auf jeden Fall, also das ist wirklich einfach nur urkomisch mit dieser Religionsgeschichte. Aber ja, natürlich kannst du die Leute entweder so approachen oder du gehst da, du kannst, naja, das mit Religion ist ein logischer Fehlschluss. Heißt Appeal to Heaven Fallacy. Und ja, du kannst die mit, ja, Logik widerlegende Religionsmenschen. Da helfen sind, da sind hypothetische Szenarien sehr, sehr empfehlenswert. Da kannst du die ganzen Leute komplett hops nehmen. Und da sind gente sehe, ja, die sind jetztиться nach oben. Da ist McConnell, das ist solar mãe. unlikely erängt haben.